So, wieder dabei. Ich steh immer noch Bank hin. Na, ich hab halt noch nicht so umgestellt. Aber bitte nicht schon wieder Museum. Ne, ich stell grad erst mal ein hier. Wollen wir... Ah ja, ist an Effekt. Ball FF ist an, da kannst du den Ball noch so eine Kurve mitgeben mit dem Stick. Springen lassen aktiviert. Letzte Schlagstärkeanzeigen ist aktiviert. Schwerkraft, wollen wir die normal lassen oder weniger Sperrten? Wie du magst. Heute ändert wie hoch, ändert wie stark Bälle vom Untergrund abprallen. Standard, mittel oder hoch. Ich mach mal Ballform zufällig. Einzelne. Jeder kriegt jede Bahn eine andere Ballform zugeteilt. Vergiss es. Ich spiel nicht, wenn ich das Ei. Das ist ja jedes Mal anders. So. Also. Partymodus. Los geht's. Bereit? Ja. Ähm, die Bahn vielleicht ändern noch. Ach ja, stimmt. Die Bahn noch ändern. Äh. In. Die Uhrzeit. Bereit? Ja. Los geht's. Okay. Ich würde sagen, der noch die letzte ist die Mäste mehr für mich. Die jetzt. Hä? Die jetzt oder noch? Ja, weil wir dann den Uhrzeitmodus zum nächsten Mal nochmal bis heute der Partymodus noch am nächsten machen müssen. Äh, das nächste Mal machen können. Da haben wir sie genauer angucken hin. Ja. Wir haben jetzt auch anderthalb Stunden wieder aufgenommen, ne? Überlegen wir uns gestern. Ich muss auch einfach mit dem Schneiden zurecht äh, nachkommen. Ich hab mal noch anderem Zeug zu tun. So. Okay. Oh. Ich bin so verdammt das eine. Doch, ich bin ein kleiner Ball. Ich bin ein Puck. Und schaff ein Doki. Hast du Glück? Da war schon die Klimafalle noch davor. Ja, ich war. Hast du die Glück, Markus? Ja. Na gut, war egal. Das bin ich überhaupt. Ich bin ein Würfel. Ich bin halt auch ein Würfel, Alter. Ich klappere hier über die Bahn. Gott. Komm schon, ich komm ja gar nicht hoch. Ich kann nichts machen hier. Ich komm gar nicht hoch. Noch Dollar? Geht nicht mehr so, oder was? Ich spiel mit voller Energie. Ich komm nicht drüber. Ach so. Dann spring mal ganz oben. Springen. Du hast springen auch noch an. Das ist unfair. Ich hatte auch den Würfel. Keine Ahnung. Und hatte sogar den großen. Ich habe einen Würfel, der Hals. Alles Gute ist, ich bleib hier hängen. Ich habe einen Würfel, der Hals. Alles Gute ist, ich bleib hier hängen. Ich habe einen Würfel. Das habe ich denn hier. Das ist ein komischer Stern. Das ist ein komischer Stern. Das ist ein Würfel. Ich habe mich rausgeschossen. Ich habe mich rausgeschossen. ich weiß halt nicht wie rum du springst die ganze zeit noch habe ich jetzt eine kugel ich bin ein mini ei ja ich bin runtergefallen ich hab dich gerade in den baum wenn er die 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 kamera so ekelhaft verstellt dass du diese durchsicht hast du kannst auch mit elzer und r2 zu verändern natürlich kannst du umliegen ich bin schon wieder ein würfel ich erkenne es nicht mal ich glaube ich bin marshmallow oder so oder so komisches menschen bin ich ein kegel oder was ich weiß nicht was es ist und 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 Oh Gott, ich bin hier rumsleimt. Das war jemand auf. Das Ding ist eklig. Das ist schlimmer als der Rufel. Ich fange so ein bisschen durch die Gegend. Da hat aber jemand was liegen lassen. Ich hab extra noch gesagt, okay, der Ei ist ein Schlag. Was hab ich jetzt dafür? Oh nein. Ich bin ein Ei. Ja, du hast wahrscheinlich irgendwas anderes. Ich war ganz normaler Ball. Ja, durch eine Überraschung. Du bist eine Eichel. Oh Gott, ich will keine Eichel sein. Nein, ich komm gleich da rüber. Du weißt nicht mal, wo du hinspringst, ey. Weil das Ding rechts, links, rechts, links. Na, mal hin. Ach komm schon. Was machst du denn da? Ich hab noch eine Hohlefalle gelegt. Ich weiß nicht, warum. Aber mit zwölf über Paar, mit zwei. Ach Gott, nee. Ich bin gerade schlecht. Aber jetzt? Oh nein. Kein Stück oder was auch immer. Du hast mir schon wieder Glück, dass du den Ball hast oder so. Ja. Hey, wieso kriegst du da auf den Scheiß Ball hinterher? Ich weiß es nicht. Ich krieg hier so eine Kackrotze, weißt du? Keine Ahnung, so ein Kreidestück oder was? Wenn wir das nächste Mal spielen, stelle ich einfach ein, zufällig, aber wir kriegen alle das Gleiche. Nee. Das ist ja genau so in Ordnung, aber du musst halt mehr Abwechslung drin haben. Oh nein, ich bin schon wieder dieses Ding, ey. Jetzt hab ich einen Golfball, endlich mal. Ich bin so ein, wie so ein Quader oder so. Also nicht direkt Ball, aber halt noch mit so, wie so ein Würfel, so achteckiger. Ja, geht doch da hin, ey. Ich hab mich verwandelt, ernsthaft gerade? Jetzt bin ich ein Puck. Oh, komm schon, ey, das kann doch nicht. Kann ich springen? Nee, kann ich nicht. Siehst du, bei mir bleibt der direkt vor der Scheiß Kante wieder liegen. Ah, naja. Zehn Schläge. Ich bin ein Zylinder. Bist du Mr. Zylinder? Ja. Ich bin nicht so klein. Jawohl, der war nicht schlecht eigentlich. Außer gut. Was? Der hilft da rüber weg. Dankeschön, dass du mir versaut hast. Acht Schläge wären drin gewesen. Ach, spiel ich schlecht. Jetzt bin ich ein Kegel. Was ist denn? Nee, Kegel, ja. Ein Kegel. Ich hab auch keine Ahnung, was ich bin. Herzhaft? Wieso bin ich jetzt rausgeflogen? Wie rausgeflogen? Ich bin rausgeflogen aus der Map. Also ich schlag hier und bin dann einfach rausgesprungen. Und das ist halt, statt hier liegen zu bleiben. Mich liegt auch hier jetzt mal wieder ein Start zurück. Oder fast ein Start. Ach, komm schon, ey. 14 Schläge, naja. Aber ich lag eben da rum, wollte gerade weitermachen und dann schmeißt er mich zurück. Ich weiß noch nicht raus in irgendein Loch und sag dann, nö, ich ist nicht. Jetzt bist du Zylinder. Keine Ahnung, das ist mir egal. Ich habe auch ein Kegeling. Ja, fall doch runter noch. Ich weiß noch, ich will noch ein Flummi oder so. Sag mal. Ich bin zur Leidflucht, da häng ich das nicht. Ich will das nicht. Sieben Schläge. Acht. Ich bin ein Eichel, oder was? Ja, ich bin ein Mini-Eichel. Ich weiß nicht, was ich bin, aber irgendwas. Na, weiß, weiß ich. Sektschläge. Ich bin auch der komische Mr. Zylinder gerade. Sieben. Jetzt bin ich eine Eichel. Ich bin ein Eishockey-Puck. Wie soll ich mit diesem Ding da rüberkommen, bitte? Hä, wo soll ich denn da hin? Ich kriege die komplett... Alter. Ach so, klar. Doppelsprung. Six. Okay. Was ist los, Katze? Hm? So. Als Ei muss ich jetzt hier hoch. Oh Gott, das ist so scheiße. Was ist los? Ich bin drin. Ich glaube vier oder so. Fünf. Na, wir kommen nicht wieder. Was hab ich jetzt? Ist wieder so'n Scheiß? Ich bin drin. Wieso werde ich, ich springe aus dem Wasser raus und werde wieder zurückgesetzt. Was ist denn das für'n Scheiß? Na, bei mir aber auch gerade. Ist doch eigentlich schlau. Du springst da raus und bist dann noch. Was ist denn da ein Grund wert? Das Spiel hasst dich. Da kommt gar nicht da rüber. Ja. Als Würfel glaube ich nicht. Ne, ich komm gar nicht weiter. Ja, Würfel nicht. Also, der lässt sich direkt ins Wachzeug fallen. Ich komm noch nicht mal da hoch oder so, damit ich mich halbwegs vernünftig positionieren kann. 19, 19. Was hab ich jetzt? Ach, wieder so'n Scheiß, ey. Was hab ich jetzt? jetzt war was ist das für scheiß hey statt dass dieser coole rauwärte zu rollen nein nein wir bleiben liegen das habe ich dann hole ich nicht gesehen aber die haben alleine vorher hängen geblieben naja trotzdem ich jetzt zylinder auch leck mich kannst du mir nicht mal was vernünztiges geben ich will auch da drauf ist okay oder nicht auf dem stein oben darfst du nicht weiterspielen ist das blöde wie soll ich dann sonst weiterspielen noch ein stück ach du musst da oben rüber auch wie soll ich dann darüber kommen natürlich nicht natürlich nicht scheiß drauf auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020 11 Schläge, ne? Ich habe 19. Ich kam nicht drüber, nur das Ding. Ich kam nicht am Start weg. Hä? Was sind denn da jetzt lang? Willst du nicht noch Park 5 spielen? Natürlich, wenn im Moment der letzte Moment, ja ich spring nochmal rüber, komm Er hat jetzt verwandelt Leute ey, was soll der Scheiß Natürlich, ich blitzte rüber Ah Ja Wieder ein 19 Natürlich Nee, also für mich das letzte Mal mit diesem Modus, tut mir leid, das macht mir so gerade keinen Spaß, wenn du so auf die Fresse kriegst Weil du kriegst dich nur, ich habe hintereinander, glaube ich, jetzt drei Zylinder, zwei Eier und allmöglichen Scheißgaben und die Eichel dann noch, weißt du, man spielst die regelmäßig 19 in der Runde und du spielst dreimal hintereinander den Ball, also weiß ich nicht, ob das für mich so ein bisschen unfair Wir können ja vielleicht nochmal, oder wir machen einfach nochmal, dann irgendwann ein Partymodus mit dir und das gleiche, weil dann ist es einfach, dann ist es nicht unfair Ja, ja Ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute Wir können ja, mal gucken, wenn wir die Woche nochmal was machen Aber die Woche nochmal Ich würde sagen, wir machen